Hamburg Innenstadt. In diesem schicken Altbau wird am frühen Morgen der verdächtige Anas K. festgenommen. Seit 19 Monaten soll er hier in einem möblierten Zimmer gewohnt haben. Laut seinen Mitbewohnern extrem zurückgezogen. Anas, jeden Tag, ich gucke an diese Anas hier, gehen Toilette und zurück zum Zimmer und gehen manchmal Arbeit und gehen Sport. Ich gucke nicht jeden Tag, einmal, eine Minute. Ich gucke, hallo, hallo. Dreimal am Tag soll der verhaftete Zimmernachbar in eine nahegelegene Moschee gegangen sein. Besuch hatte er selten. Fron der Anas? Nein, ein, zwei. Ich gucke ein, zwei, komme Samstag, Freitag, sitzen zwei, drei Stunden und gehe. Das ist nicht viel Besuch. Von den Anschlagsplänen seines Mitbewohners will Basar Okla nichts gewusst haben.